So, herzlich willkommen bei Suice TV, jetzt zum dritten Mal. Mein Name ist Rutz Enger, ich übertrage heute Abend die TVR 6 Challenge hier von Race Day Speed Association. Und ich freue mich sehr, erstmal herzlichen Dank an den Jens, dass er mich, meinen Porsche Carrera Cup, so gut unterstützt als Moderator. Und im Gegenzug ist es mir natürlich eine Freude, diese Rennserie hier zu moderieren. Und ich möchte mich vorab schon entschuldigen, ich hatte nicht sehr viel Zeit, mich vorzubereiten. Da hat man vielleicht gerade eben gemerkt, die Einführungsrunde hier, die wusste ich wohl, dass sie stattfindet, aber ich habe gleich tatsächlich noch irgendwie was im Hintergrund machen müssen, da ich gedacht, es wäre jetzt schon der Rennstart. Das sah dann doch etwas komisch aus. So, genau, der Jens hat ein bisschen den Vorwärtsdragen etwas ungebremst. Nicht ganz der... So, und jetzt sollten die Ampeln untergehen. Da sind sie. Und auf geht's, wir sind mitten im Feld. Ich hatte eben schon gesagt, Mensch, er... Robin Frischkopf war ein super Start, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Also, der Führende hier vorne, Robin Frischkopf. Ups, und da gab es schon mal eine Berührung. Da hat es hier den gelben Vektra, das war Edgar Ostermann, der hat mal einen Schlag mitgekriegt. Aber der fährt ja gar nicht Vektra, der hat irgendwo ein Deo. Wer ist das dann hier gewesen? Den Micha Gehrig hat erwischt. Den Micha Gehrig von drei gestartet, der hat hier das Ding weggekriegt. Und ist erstmal ganz am Ende des Feldes versetzt. So, jetzt fahren die ganz graf, die haben hier an der Schnur gezogen. Der Micha ist relativ 7 Sekunden fehlnähen auf den vor ihm platzierten. So, jetzt gucken wir uns hier vorne mal ein bisschen die Spitze an. Robin Frischkopf mit 50 Kilo Zusatzgewicht ist der Junge hier unterwegs. Er ist sowas wie der, ja, ist so ein bisschen das Alien in der Liga hier. Und wir sehen hier dahinter gibt es nächtig Alain. Platz 2 und Platz 3. Micha Tröscher und der Danny. Gucken wir uns das auf den Kopf dran. Aber so richtig, die Strecke ist relativ flüssig. Es gibt hier vielleicht drei, zwei Möglichkeiten, wo man überholen, wenn man über ansetzen kann. Aber viele Dürfen kann man schwer einsehen und da muss man sich mehr auf den eigenen Einlenkpunkt konzentrieren. Wenn man die Strecke nicht völlig auf die Fahrt fahren kann, ist das sehr, sehr schwierig. So, wir kommen jetzt hier das erste Mal über Start und Ziel. Der Rischkopf-Flohn führt vor Tröscher und Danny. Dann Rekord vor Redness. Edgar Ostermann auf 6. Wolfi Meisel auf 7. Ralf auf 8. Micha Gerig auf 9. Der ist schon wieder gut nach vorne gekommen, sehe ich. Aber hier steppt der Bär. Oder die Kuh. Was steppt der denn? Ich weiß es gar nicht. Oh, und da gab es. Da gab es eine Aktion gegen. Jetzt sind wir hot. Der ist jetzt auch erst mal auf 7 zurückgefallen. Wenn wir versuchen das mal... Nee, wir können ja jetzt nicht zurückspulen, da wir uns ja selber am Rennen befinden. Also, Jens Poppott hat hier ein Ding mitgekriegt. Beim Überholversuch. Das ist natürlich ärgerlich. So, aber nichtsdestotrotz bleiben wir mal hier vorne bei den beiden. Also, da ist momentan der Meister allerhandel. Da sind die Abstände so knapp um eine Sekunde rum. So, hier kommen die ganzen Errschaften mal durch. Ja, und hier ist auch... Dann gehen wir da mal hin. Auf die Position 9. Da ist der Micha Gerig dran. Ja, und da... Ah, das hat noch nicht gepasst. An dem Ralf dran. Und dann... Höhliche Töne Scheiben hier. Denn da ist eine südamerikanische Rennserie. Also von daher... So ein bisschen warm. Und Sonne scheitbar, wenn es bei uns kalt ist. so, Frischkopf braucht mit der schnellsten Rennung super, jetzt kriegen wir hier eine Einblendung was ist das denn? ach, unser Telefon-Plakken ist da ja, wie nett na, das nennen wir doch mal Spaß na, immerhin so, und wenn wir das mit uns angucken der Michael Gehrig hier von ganz hinten startet also, tolle Aufwohljagd bisher so, und der Ralf, der ist natürlich jetzt erstmal abgeschlagen so, dann haben wir den jetzt dem fehlen aber ja zweieinhalb Sekunden auf den Dennis hier so, dann gucken wir mal wieder ein Stück weiter nach vorne so, auch hier sind zwei Sekunden Abstände momentan geht hier wirklich einmal quer durchs Fahrradfeld aber so richtig gibt es hier noch nicht den Weg vorbei der Edgar hier ziemlich aggressiv zwar aggressiv, aber trotzdem noch überlebt also keine das war ein sehr schönes Duell das muss man ganz klar sagen ja, erinnert mich so ein bisschen an den Tauce Mobile World Super Cup der jetzt immer mit moderiert der weiß schon, was ich rede der alte Baute Zuschauer hier von uns auch so, hier sehen wir dann auch mal dass das nicht mehr so ganz der Tauflisse Passat ist aber immerhin ich meine, wo hat man schon mal einen Mondeo also Ford, VW und Opel in einer Rennserie so, der jetzt mal nett kann jetzt mal so langsam ah, hier haben wir die Kamera genau so, und dann gehen wir mal auf den Denny weil von dem sehen wir hier jetzt dann doch ein bisschen mehr, was der alter Ostermann dahinter eben so treibt so, und der Dennis der fährt auf Platz 6 glaube ich wohl genau der fuhr gerade die schnellste Rennrunde kann jeden mal da mal der müsste auch so ziemlich dran sein an genau an Micha Meisel äh, Quatsch an Moskern Meisel so, Wolfi also, jetzt so nach den ersten paar Runden sich sammeln und die Gegner zurechtlegen haben wir jetzt hier doch massig Duelle dafür, dass eigentlich nur in Anführungsstrichen elf Autos auf der Strecke sind ist es doch ziemlich actionreich hatte der Jens auch versprochen Opsala und da gab es Nada sich komplett verschätzt der Dennis und ich gehe mal davon aus, dass das Auto jetzt nur sehr schwer über die Piste zu bewegen sein wird deswegen gehen wir jetzt mal nach vorne du Edgar Ostermann so, wir haben noch 10 Minuten Restzeit so, und der Edgar findet hier keinen Weg vorbei er will aufs Podest, aber das klappt irgendwie nicht er geht hier ganz eng, ganz hart über die Curves aber es nutzt nichts jetzt außenrum außenrum das ist ja wohl der Wahnsinn was die hier machen und er ist vorbei er ist vorbei aber jetzt gibt es mit Sicherheit einen Konter ok, gibt es nicht so, jetzt fährt der Ralf eine schnellste Rang und doch, es gibt natürlich einen Konter aber Edgar Ostermann setzt sich hier durch ein Hammer-Manöver ja, was ein Wahnsinn Edgar Ostermann holt sich die dritte Position hat jetzt noch 3 Sekunden es bleiben noch 8,5 Minuten es bleiben noch 8,5 Minuten und jetzt schauen wir mal hier nach hinten das hat sich soweit geklärt, würde ich mal sagen der Micha Gehrig hat noch gut 4,5 Sekunden auf den Jens Purkot aber, der ist natürlich jetzt dran hier an Dennis weil, ich denke mal, Dennis fährt hier mit weit wunden Auto und das war es jetzt für oh, da hat er aber ganz große oh, da kommt einer von hinten zieht er den, zieht er den ohhhh mein lieber Herr Gesangsheim er hat hier noch seine, versucht noch seine Position zu verteidigen das war aber schon ein bisschen grenzwertig so, und natürlich ist der Micha Gehrig jetzt dran dann könnte es gut sein, dass Erik jetzt hier vielleicht noch versucht vorbeizukommen also die ersten 8 hier innerhalb von 20 Sekunden so, jetzt gibt es hier die Manöver hin und her Erik kurz vorbei Druckort gekontert wieder vorne jetzt gibt es hier den nächsten Versuch auch außenrum versucht hier so ein bisschen seinen Gegner in Fehler zu treiben dann schauen wir, ob ihm das gelingt der Jens der Kuh hat immer so wahnsinnig überlegt dann muss er ja schon pumpen nach der einen Quali-Runde so, und jetzt hat der Force eine ups, und das war es das war es jetzt definitiv, auch für Gerig ist wahrscheinlich eine Geschichte oh, das sieht mir aber so aus wie ein Reifenschaden oder wie sonst soll man das naja, so richtig erkennen kann man das nicht so, hier haben wir den Force eben, schnellste Rennrunde und hier sehen wir den Bauer mit einem schönen Dreher also der hat auch so viel Rückstand der wird hier keine Rolle mehr spielen in diesem Rennen so, hier ist der Föhn, der Robin Frischkopf auf 5 Minuten 8 Sekunden und bei knappe 3 Sekunden dahinter dann Micha Kröscher also die ersten 3 hier gut in also die sehen sich ganz hervorragend so, und jetzt Frischkopf wieder mit einer letzten Rennrunde also die vorher, die schnellste Rennrunde von Force das war Farce da hat das TV-Bugging gesponnen das war keine schnellste Rennrunde hier steht das eine 2.04 und das war eben eine 2.11 so, und der Edgar Ostermann hier auf der Position 3 also die ersten 3, die haben ja noch einen richtig schönen Battle da gibt es auch jetzt Überrundungen und das wird natürlich dann nochmal zusätzlich spannend kann immer so ein bisschen Züngleider an der Waage sein so ein bisschen Überrundender aber da geht alles gut das sieht sauber aus so, jetzt haben wir Danny gegen Dennis und da sehe ich doch ein Teilchen da oben ups, gelbe Flagge das ist der Force, der da draußen steht aber nicht die ganze Strecke gelb aber ich sehe hier eine Handzeige für das für einen Boxenstock das kann natürlich jetzt das wird vom Game selber ausgelöst wenn nur noch für zwei Runden Sprittern ist also mehr als zwei Runden sind die auch nicht mehr zu fahren mal hoffen, dass er sich nicht vertan hat hier so und das sollte es jetzt soweit gewesen sein Danny vorbei an Dennis nee, Dennis vorbei an Danny so rum die Frage ist ist hier wirklich das schon das letzte Wort gesprochen so, Edgar Ostermann fährt jetzt tatsächlich die schnellste Runde 2 0 4 9 2 5 nee, diese 2 10, das ist die persönliche Bestzeit das sind jeweils die persönliche Bestzeiten die jetzt hier angezeigt werden in diesem Modus ja also das waren jetzt keine generisch letzte Runde sondern immer noch die persönlich beste Runde eines Fahrers so, ja, der Jens jetzt hier so ein bisschen abgeschlagen weit und breit kein Fahrzeug in Sicht aber anders sieht das hier aus die beiden haben hier noch richtig was zu verhalten Dennis und Danny Dennis vorne in dem blauen Auto das grün-boldene Auto ist Danny so, jetzt haben wir hier ganz dicht grad und jetzt versucht das müsste aber jetzt außen rum und das ist diese seltsame Schikane hier die außen rum ups und das geht gut ja, was ein Manöver das geht aber auch nur, weil der andere mitgespielt hat so, und Meisel ist auch durch oder wie, oder was was ist das jetzt für eine Anzeige hier das kann ja so nicht stimmen tatsächlich das habe ich gar nicht bekommen also wir müssen das bisschen entschuldigen ich habe hier wirklich also das war nicht der Danny die ganze Zeit in den Veit sondern der Wolfi Meisel aber der Danny ist hier auch noch direkt dran hier im Vektor so, eine Minute noch das bedeutet wir gehen mal vor zum Führenden und schauen mal wo der gerade ist der kommt jetzt überstart zum Ziel das heißt er hat jetzt noch eine Runde so, Micha Troscher fährt jetzt auch seine persönlich beste Runde klar jetzt sind die Autos leicht so, aber die ersten drei die haben sich hier so weitestgehend auseinander gezogen so, und dann können wir uns hier noch ein bisschen auf den Dreikampf mit Dennis, Wolfi und Danny konzentrieren ja, das ist schon wirklich sehr, sehr phänomenal dass man auch in so einer kleineren Rennserie zur offiziellen Zeit ist abgelaufen dass man auch in so einer kleineren Rennserie durchaus riesiges Action haben kann wenn die Leute hier sich untereinander gut verstehen dann ist das und auch mal auf einem Level fahren dann ist das hier richtig guter guter Motorsport so, aber Meisel hat es noch nicht aufgegeben aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal vor zum ersten da ist der Robin Frischkopf der jetzt anfängte Fehler macht könnte natürlich auch so ein bisschen daran liegen dass zum Rennende hier die Reifen doch stark abbauen also dreieinhalb Sekunden im Vorsprung geht dann muss ich es immer wieder dazu sagen 50 Kilo Zusatzgewicht auf Platz 2 Micha Dröscher auf der 3 Edgar Ostermann und jetzt kommen sie hier auf der 4 Dennis auf der 5 Wolfi auf der 6 Danny und hier kommt Jens Pokot ins Ziel Micha Gerig der am Start ja wirklich sehr sehr viel Pech hat also ich glaube nicht dass er seine Schuld war ich habe es nur ganz kurz sehen können aber auch der hier auf der 7 Ziel Force dann auf Loh das ist noch nicht gegessen hier das ist noch nicht gegessen die fighten noch Force und Ralf wir hoffen dass den jetzt keiner mehr hin die Quere kommt so Ne er ist nicht vorbei und jetzt dreht er sich aus jetzt hat er es übertrieben also diese Reihenfolge kann man so hinnehmen so und ganz zum Schluss hier haben wir den Mauer so ja herzlichen Glückwunsch das das war doch mal eine feine Action wie wir da gesehen haben so wir machen erst mal unser Plakat an kleine Pause weil jetzt gibt es hier ein Warm-up und ich bin gleich wieder da dann die g 헐 kann man das das gut was das das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt werden wir mal schauen, was uns hier erwartet. Also das könnte jetzt auch noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen spannender werden. Also ich habe gehört, es kommt sogar noch ein Fahrer mit dazu oder eventuell noch mit dazu, aber trotzdem, 40 Minuten, da teilt man sich natürlich sein Rennen schon mal ganz anders ein. Und wir werden natürlich auch vor dem, wir werden ganz sicher nochmal einen, hier nochmal einen kleinen Restart hier im Stream machen, dass wir die Sessions ein bisschen getrennt haben. Das wäre schon toll, wenn sich hier jemand finden würde, der sich für diese Serie interessiert und auch da mal die Moderation übernimmt. Also die Technik ist vorhanden, das ist alles nicht das Problem, aber, na gut, vielleicht klappt das ja auch, dass ich das nächste Mal mich etwas besser vorbereiten kann. Heute, das ist heute, das ist ein bisschen so aus der hohen Hand, da muss man dann erstmal ein bisschen sich reinarbeiten, gerade was die Fahrernamen betrifft. Jetzt ist das natürlich schwierig, auch wenn man doch den ein oder anderen kennt, aus diversen Veranstaltungen oder aus anderen Rennseen. So, da, wer es nicht geglaubt hat, hier steht's, Paul Ricard, da befinden wir uns. Jetzt sind wir nur noch auf Paul. Oh, da macht jemand Startübungen. Wer ist das? Der Dennis. Aber das scheinen hier mehr rückzumachen. Ich bin jetzt mal noch auf der Karte. Ich bin jetzt mal noch auf der Karte. So, nee, hat damit gar nichts zu tun. Der wollte schon noch fahren, aber das Rennen beginnt. Das heißt, wir haben jetzt erst eine Formation Lab. Ha, ha, ha. Also darf man natürlich nicht unsere Acht lassen. So, dass wir den Start-Deformation Lab wieder als Rennstart moderieren, wie vorhin. Sprach das Kulturalbeer. Okay, das lassen wir jetzt. So, auf geht's. So, genau. Jetzt hier wieder Top-Start. Allerdings jetzt von Bauer, wo es jetzt hier vorne geht. Auf Platz 2 haben wir den Ralf. Ich muss das hier mal ein bisschen zum Recht ziehen, damit wir hier auch was lesen können. Genau, so. Also hier haben wir den Ralf. Dann Forst. Dann Michael Gerig. Nee, das ist der mit Herr Gerig. So, hier haben wir den Jens Burkott. Dann haben wir den Danny. Dann den Wolfgang Meisel. Da haben wir ja vorhin eine wunderschöne Fight gesehen mit den beiden. Zum Schluss die letzten Runden. Und natürlich auch noch der Dennis mit involviert. So, und dann Edgar Ostermann auf der 9. Micha Tröscher auf der 10. Robin Frischkopf muss jetzt von hinten starten. Und das wird natürlich ganz, ganz spannend. Also hier wird scheinbar die komplette Startaufstellung umgedreht. Das heißt scheinbar, natürlich wird sie hier umgedreht. Ist ja wohl so. Mensch, enger. So, irgendwie sehe ich hier aber auch, dass da irgendwelche Fremdgeräusche noch hier rein spielen. Ich weiß es nicht. Also das nächste Mal, wie gesagt, müssen wir das ein bisschen besser vorbereiten. Das ist sicherlich so. Okay. Komm, die gehen ja schon gut im Speed. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Rennstart verpasst. Also auf alle Fälle wird das hier über die 40 Minuten natürlich ein ganz anderer Schnack. Weil, wie gesagt, die Schnellen stehen jetzt alle hinten. Und ich weiß es nicht, wie es einem Fahrer jetzt geht. Wie zum Beispiel den Bauer, der ja im ersten Rennen wirklich nicht gut ausgesehen hat. Ähm, ob der jetzt so ein bisschen, naja, ein bisschen flattern bekommt. Oder das völlig cool sieht und hier sein Rennen fährt. Und wie vor allem die Schnellen versuchen werden, da vorne zu kommen. Weil, dass sie das tun werden, steht außer Frage. Aber die Frage ist halt, wie. So, die Herrschaften stehen hier alle. So, wenn wir jetzt natürlich mehr, wenn wir jetzt hier noch ein Problem diskutiert hätten, müssten eigentlich auch gleich die Ampel angehen. So, wir machen das aber mal anders. Wir klicken mal hier aufbrennen. So, und da geht's los. Und da kommt jemand ganz schlecht weg. Das sah mir jetzt fast so aus wie der Robin Frischkopf. Der ist hier überhaupt nicht weggekommen. So. Aber Bauer geht hier zumindest als erst dann die erste Kurve. Und zwar sogar mit einem kleinen Vorsprung. Aber Jens Purkott hier mit einem Sensation-Start. Der fährt schon auf zwei. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier hinten los ist. Da hat's ein bisschen Qualenbeugen gegeben. Aber das sieht erstmal alles gut aus. Die fahren jetzt aber irgendwie langsam, habe ich den Eindruck. Oder täuscht das? Ne, das täuscht. Weil es gibt hier eine Regel, bei einem Startunfall, wie in der ersten Runde, gibt's eine Full Corsiello. Aber davon ist momentan nichts zu sehen. Das sieht alles ganz wunderbar nicht aus. So, jetzt gucken wir mal gleich ganz nach vorne. Also, Frost ist hier schon auf Platz 3. Ja, logisch, weil, wie gesagt, hier, upsala, da gibt's, und an der gefährlichsten Stelle überhaupt. Jo, da sagt einer Danke. Nicht ganz zu Unrecht. Wir können's leider jetzt nicht nachvollziehen, was da jetzt genau passiert ist, aber scheinbar ist der Verursacher Der Denny, der hat ihn jetzt hier wieder vorbeigelassen. Das ist auch ein Teil des Reglements. Ist es auch in vielen Liegen. Potenzial, mein Agreement, wer hier missbaut und jemanden anders dadurch schadet, muss ihn da vorbeilassen. Oh, je, 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 je. Also, sehr, sehr ärgerlich, weil, natürlich wäre das, wäre zumindest die Chance auf gute Punkte jetzt für Forst. Äh, ja, die war zumindest da. So, und hier ist natürlich jetzt im Momentan die Hölle los, vor allem hier im Mittelfeld. Aber diese Kurve, diese Schikane, hat es wirklich in sich, weil sie ist irre schnell zu fahren und es gibt nun mal nur eine Linie drin, da durch. Und Jens Purkert führt. Na, das nenne ich doch mal erfrischend für den Jens. Da wollen wir ihn doch gleich mal im Teamspeak anschnupsen oder euch etwas fragen. Nein, das war aber natürlich nicht. So, Dennis auf zwei und Robin Frischkopf bereits auf drei. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, also, jo, das ist eine saubere Leistung vom letzten Platz. Sicherlich ein bisschen begünstigt durch dieses ganze durcheinander hier am Start. Oder beziehungsweise in der zweiten Runde. Das ist die erste Runde. Oder aktualisiert nicht, diese Runde. Jetzt weiß ich nicht so oder prozentlich, ob es da jetzt nochmal einen Start gibt, aber es sieht überhaupt nicht so aus. Hier ist Action angesagt, Meisel, natürlich wieder Mittendritt, Petka Ostermann und Micha Gehrig, also die drei hier mit einem Hammer aktuell. Boah, kleiner Fehler hier von Gehrig. Aber, Ostermann konnte das nicht nutzen, äh, Meisel konnte das nicht ausnutzen. Also insgesamt, die Rennstrecke sehr flüssig, sehr schnell und, ähm, wie gesagt, bis auf ein, zwei Engelstellen, kurz vor Ende der Runde ist das hier alles, ähm, gibt es hier kaum Möglichkeiten zu holen. So, eigentlich wollte man den Streamer abwarten, aber heute ist es nicht zu spät. Ja, Force ist raus, ist auch ein bisschen verständlich, weil direkt am Start eines 40 Minuten Rennens das Auto so zu beschädigen, durch wessen Schuld auch immer, ist natürlich extrem frustrierend. Ist auf der anderen Seite aber auch schade. Aber verstehen kann man das. So, hier jetzt vielleicht der Angriff. Nein. Nein. Nein, also Ostermann macht hier massiv Druck. Er hat aber scheinbar in den Kurven hier das ein oder andere Problem mit der Aerodynamik. also nicht so viel Abtrieb von seinem Gegner, in die Weise, wobei ich auch gehört habe, vor allem, wie gesagt, zwischen den beiden Rennen, ähm, dass der Robin Frischkopf mit extrem in die Fügel fährt. Die anderen hier, oder zumindest der Edgar Osterland, der war, der darauf geantwortet hatte, mit deutlich mehr. Und da sind die auch ganz oft, sagen, die fahren da so. Also das wird hier wirklich, das ist wirklich Spaß, das ist Hombi, das merkt man auch. Und die Leute sind hier wirklich größtenteils auf einem Niveau. Was sich natürlich daran bemerkbar macht, wir haben es vorhin gesehen, nach 20 Minuten die ersten 8,5 bis 20 Sekunden, das ist schon ziemlich beantwortlich. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt hier Top-Piloten sind, oder da ELE jetzt mitfahren, oder so sagen, hier geht es rein um den Spaß, und so muss das auch sein. echt, was ist etwas kippterte System? Das darle Countdown, ich glaube also nicht, 맛있ere mich auch mal dabei, Oh, und jetzt gibt's hier Ja, Dennis erwischt's hier Er verliert auch gleich mal massiv Plätze Fällt jetzt auf Platz 6 zurück Jetzt weiß ich nicht, ob er hier rauskommt 5, 4, 3 Ja, doch, das passt Aber immerhin Also auch Maisel hat's wohl hier irgendwo rausgedreht Als wir jetzt da weiter nach vorne gegangen sind Aber wir haben jetzt hier Gerig gegen Tröscher Die jetzt auf Platz 3 und 4 fahren Frischkopf schon wieder auf 2 Das ist auch alles verdammt eng hier Hier auf der Stadt geraten Sehen wir Die ersten So, da vorne fuhr noch eben Der jetzt Puckert Und hier macht der richtig Druck Also Ostermann macht hier wirklich ein geiles Rennen Also schon im ersten Lauf Hat hier gut für Action gesorgt Das tut er auch jetzt Die Frage ist natürlich 40 Minuten Rennbauer Da müssen Erstmal die Konzentration aufbringen So Wir fahren Permanent im Fight mit einem anderen Das ist schwer Das ist sehr, sehr schwer Der schlechte Alkohol wird anbegaut So, Restzeit 30 Minuten Schön das angezeigt zu bekommen So, gucken wir mal in die Reihenfolge Also Foss auf Platz 11 Ist ausgeschieden Bauer auf der 10 Auf der 9 Der Danny Auf der 8 Ralf Auf der 7 Wolf Auf der 6 Dennis Der Edgar Auf der 5 Micha auf der Oder jetzt muss man ja sagen Micha Gerig Auf der 4 Micha Tröscher Auf der 3 Der Robin Frischkopf Auf der 1 Und auf der 2 Und der Auf der 1 Fährt Jens Purkott So, jetzt gucken wir mal hier nach vorne Wieder Ostermann jetzt hier noch Zurück gefallen Das haben wir jetzt beim Vorlesen Irgendwie Nicht gesehen, was da passiert ist So, jetzt schauen wir mal Wie ist der Abstand hier vorne Das sind die Immer noch die ersten 4 Robin Frischkopf Fährt jetzt so Allbählich An Jens Purkott Seine Zeiten Jetzt die letzte Runde 2 0 5 8 0 7 Ja, aber der Jens Purkott Ist da noch ein Ticken schneller unterwegs 2 0 5 5 2 4 Also 3 10. schneller Aber der Michael Tröscher Der fährt hier momentan Die letzten Zeiten 2 0 5 0 9 9 Michael Gerig auch Schneller unterwegs 2 0 5 3 11 Also das wird noch mal Sehr, sehr spannend So eine Sekunde Also die ersten 3 Die ersten 4 Innerhalb von 2,7 Sekunden Platz 5 7 Sekunden Knappe 8 Sekunden zurück Hinter dem Führenden Also das ist schon mal Eine 4 Anfrage hier So Frischkopf hier Mit einem leichten Verbremser Ich bin ein Ja, ich bin ein Ich bin ein So, sorry, ich fand's hier einen kleinen Moment abwesend, aber hier hat sich nichts geändert. Schauen wir mal, ja, also er kommt nicht deutlich unter diese Sekunde, also hier in den engen Kurven hat er scheinbar einen kleinen Vorteil, aber der fährt schon mit relativ wenig, so hat man das zu verstehen. So, jetzt wird's aber tatsächlich weniger, nach Zehntel, und das ist eine ganz bittere Anzeige, auch für den, vor allem vor den Vorherfaden, wenn er sieht, dass die Zeiten immer geringer werden. Und Frischkopf hier wirklich mit absolutem Risiko. So, jetzt ist er dran. Knappe eine Sekunde. Er hat alles noch nicht glücklich, aber er wird jetzt hier auf der geraden Windschatten bekommen, denke ich mir. Wir achten rechts unten auf die Zeit. Nein. Hier hat's noch nicht gepasst. Aber auch auf Platz 3 und 4 ist es richtig eng. Oh, da sehe ich einen Boxenstopp, einen angekündigten. Ist wahrscheinlich mit sehr, sehr wenig Benzin unterwegs. Beziehungsweise stoppt er genau zur Hälfte. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv hier von den beiden, oder für die beiden. Ich meine, die fahren erst mal rennen in allererster Linie, deswegen fighten die jetzt. Aber sie werden natürlich Zeit verlieren auf die beiden Führenden. Allerdings sind die auch in fight, und von daher, jetzt gibt's hier den Angriff. Aber da passiert erst mal nicht so wahnsinnig viel. Frischer bleibt auch frei. So, und Frischkopf ist vorbei. An. Ne, ist er nicht. Was habe ich denn da jetzt gesehen? Die Geri ist vorbei an Fröscher. Entschuldigung. So, der Ostermann überrappelt sich auch so langsam. Der ist nur noch 5 Sekunden hinter der Spitze. Aber der kommt auch wieder so langsam in die Gänge. So, jetzt müssen wir mal gucken, was Frischkopf hier macht. Der wird gut, die nächsten zwei Runden wird der in die Box kommen. Ja, jetzt Frischkopf muss ich hier wirklich zu 100% jetzt konzentrieren. Kommt jetzt die Frau, das Kinderzimmer ist vorbei. So, und Frischkopf, ja, er schreibt uns wieder weg. Also, ist das die Anzeige von A-Factor, die er jetzt hier auch mal wieder ausschaltet? So, jetzt ist das die Anzeige von A-Factor, die er jetzt hier auch mal wieder ausschaltet. Nee, Frischkopf hat hier irgendwie, bildet ihm hier das Karte-Rezept. Also, das klappt noch nicht so ganz. Gucken wir mal wieder zu den Zweien. Der Geri ist zwar jetzt vorne, aber so wirklich wegfahren kann er nicht. Es ist zwar ein kleiner Abstand zwischen den Beinen, auch etwas um die Sekunde. So, auf der 5 Ostermann, Dennis auf der 6, Meisel auf der 7, Danny auf der 8, auf der 9, der Ralf. Auf der 10, ziemlich abgeschlagen, schon Bauer. Der hat schon ordentlich Rückstand. Aber die ersten 8 immer noch innerhalb von 17 Sekunden. Das ist schon ziemlich cool. Da können wir uns mal hier auf... Uppsala. Da war wohl jemand in der Box. Und zwar, der jetzt kuppert. Oder ist ihm hier etwas wieder fahren. Das passiert, wenn man hier einmal durchschaltet. Man ist stundenlang auf den selben Fahrzeugen. Dann geht man einmal weg. Und schon ist hier irgendwas passiert. Wir schauen mal, ob wir eine Anzeige kriegen. Ob er in der Box war. Nee, das sieht nicht so aus. Das muss wohl ein Unfall gewesen sein. Wir warten mal die Zeiten ab. Die Rundenzeiten ab. Oh, der wird sich ärgern. Da wird es sicher den einen oder anderen Abdruck im Lenkrad geben. Vom Gebiss. So, aber jetzt muss er natürlich wieder nach vorne. Jo, 2016. Das war mit Sicherheit ein Dreher. Das war kein Boxenstopp. 2,16 in der letzten Runde. Zehn Sekunden verloren. Eieieieie. Also, dass es eine Kollision war, ist fast ausgeschlossen. Dazu war Robin Frischkopf zu weit weg. Aber der flügt nun wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er sich das wieder nehmen lässt. Ich sehe momentan auch... Oh, oh, oh. Von wegen. Ich sehe momentan niemanden. Der Micha Gehrig ist da fast dran. In etwa der Abstand, den auch Frischkopf vorhin auf Kluckert hatte. Und auch Tröscher ist nicht weit weg. Noch mal ungefähr zwei Sekunden hinter Jürich. So, Mädels, da, dass ich ja noch ein bisschen dauern kann. Äh... Machen wir doch mal etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben im Stream. Aber ich mache dann aufs Mikrofon aus. Oh. Das wäre jetzt beinahe die falsche Taste gewesen. Und dann wären hier irgendwelche Streams ausgegangen. Ah, ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... mehrfach erzählt, der Fischkopf fährt mit 50 Kilo Zusatzgewicht und das ist schon ziemlich heftig Michael Gerig ist meines Wissens jetzt mit 30 Kilo unterwegs So, Michael Troscher auf 3 Das gucken wir mal hier bei Edgar Ostermann, der kommt hier auch nicht wirklich weg von Jens Burkott Also die beiden haben wohl da noch ein kleines Fühlchen miteinander zu rupfen Oh, gelbe Flacken, was sehe ich da? Oi, 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 oi Ich befürchte es Ich befürchte es Genau Gerig hat es erwischt Sehr wahrscheinlich durch einen Fahrfehler und Frischkopf hier wieder So, jo, 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 jo So, jetzt wird es natürlich spannend Also erst der Hatser von Jens Burkott wer ja das Rennen angeführt hatte jetzt jetzt Seiteführende durch einen Fahrfehler nach hinten durchgereicht auf Platz 5 So, das wird natürlich hier das Trio Infernale definitiv die 3 alle so mehr oder weniger mit den selben Rundenzeiten bis auf wenige Zehntel von von Ja, das wird spannend. Das wird mehr als spannend. Es geht hier um die Position 3. Erik, Porkott und Ostermann auf den Positionen 3, 4 und 5. Und wir gucken mal hier vorne. Fluschkopf hat jetzt fast 5,5 Sekunden Vorsprung. Vorhin bei den 20 Minuten Rennen hart waren es 3,5 Sekunden Vorsprung, mit denen er gewonnen hat. Und er selber, also Tröscher hat auch ungefähr 5 Sekunden Vorsprung auf den 3. Platzierten auf Edgar Ostermann. Ich bin nicht so 100% sicher, ob die jetzt hier wirklich noch bei diesem Sockey auf einem Level, also ich weiß nicht was passieren soll. Das sieht zwar alles ganz toll aus, aber so wirklich angriffen, erwarten wir es ab. So, gucken wir mal ins Cockpit hier von Porkott. Oh ne, das machen wir jetzt noch mal. Müssen wir einmal komplett durchschalten, um nach hinten zu gucken. Oh, hier sehen wir die beiden. Oh, jetzt gibt es den Angriff. Jetzt gibt es den, aber er muss zurückstecken. Das passt nicht. Diese schnellen Kurven sind wirklich nicht geeignet, um sich durchzubremsen. Ohne, dass man den anderen da in irgendeiner Form ein Ding verpasst. Auch mal ein desk. Ohne, Marsch. So. Ja. Es gibt keinen Weg vorbei an Ostermann, so wie es ausschaut. Wir haben nur noch dreieinhalb Minuten, vier Minuten Brennzeit und jetzt muss es passieren und jetzt versucht das hier, aber auch das hat nicht gepasst. Ostermann macht sich hier breit. Wie geht es? Ja. 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 So, der nächste Versuch, aber auch das passt nicht, ja was ein Rennen hier mit den beiden. So, wir gucken mal vor an die Spitze. Robin Frischkopf doch relativ ungefährdet. Er hat zwar ein bisschen Zeit jetzt liegen lassen, insgesamt eine Sekunde, aber das wird sich ausgehen. Das müsste jetzt die vorletzte Runde sein. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu Burkott de Ostermann. So, da passiert hier nichts mehr. Es ist aber so, dass alle ausreichend spüren und andere noch bei keinem jetzt ein Tankzeichen, ein Boxenstoppzeichen gesehen. Welches ja vor einer Faktor auch automatisch eingeblendet wird, wenn man die Strategie voreinstellt. So, da sieht man. So, das sieht so aus, als würde hier... Also, ich sag mal, Platz 3, 4 und 5. Können wir das hier sehen. Also, hier ist es jetzt ganz eng. Also, lass die irgendwie 5 Sekunden auseinander sein, aber allerhöchstens. Hammerhart, was die Jungs hier abliefern. So, gucken wir mal nach vorne. Also, auch der Micha Tröscher hier doch mit einer sauberen Vorstellung. So, beides abgelaufen. Hier haben wir den Führenden. Und Ostermann nach wie vor... Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Der ist eine Zehntel dran hier. Burkott macht extrem Druck. Aber was mir jetzt rundenlang nicht gelungen ist... Aber wie sollte das jetzt gelingen? So, Frischkopf hat noch zwei Kurven oder drei. Bei ihm auch hier nicht, auch hier nicht. So, hier kommt der Sieger über Start und Ziel. Herzlichen Glückwunsch an Robin Frischkopf. Platz 2 für Micha Tröscher. Und hier kommt Platz 3 und 4. Und das wird Edgar Ostermann und dann Jens Brücherzeit. Genau so sieht es aus. Platz 5 für Micha Gerig. Uiuiuiuiui. Hier verhaulen sie sich noch. Platz 6 für Dennis. Platz 7 für Danny. Der macht hier auch schon irgendwelche Aktionen. Platz 8. Äh, Platz 7 für Danny. Jetzt sind wir hier auch bei Danny. Genau, der kommt jetzt über Start und Ziel. Platz 8. Platz 9 für Wolfgang Wolfi Meisel. Ralf hier auf der 9. Und Baue auf der 10. Ja, sensationell. Auf der 11 leider ausgeschieden. Force. Oh, aber ich glaube, die beiden Feiten noch hier. Ja, der Ralf von der Raue, die sind hier noch am Feiten. Oh, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Ja, ziemlich coole Nummer. Das muss man mal ganz klar sagen. Also, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Rennen zu moderieren. Und wir müssen sagen, also wir gratulieren natürlich auch dem viertplatzierten hier, den Jens Kurkotz. Vulminante Aufholjagd von Platz 8, glaube ich. Bis dahin war er zurück. So, wir werden mal versuchen, irgendwie ein Interview in die Gänge zu kriegen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Vorwarnung von Jens Burkert hat wohl gut funktioniert. Ja, so, jetzt kommen wir mal direkt zum zweiten Rennen. Das erste war ja, Robin Frischkopf, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg in beiden Läufen. Robin, ganz ehrlich, der zweite Sieg war ja ein bisschen geschenkt, oder? Ja, vielen Dank, Lutz. Da hast du wirklich recht. Ich bin eigentlich vom letzten Platz gestartet. Also lustigerweise habe ich mir noch den Motor abgewürgt beim Start. Und dann habe ich gedacht, jetzt fährst du einfach mal nach. Die erste Szene war schon, als sie irgendwie zu fünft versuchten, durch die erste Kurve zu fahren. Dann konnte ich schon ein bisschen profitieren. Und dann nach und nach, ja, ich war nicht wirklich schnell im Rennen. Ich konnte einfach wirklich nur profitieren von den Fehlern. Ja, also deswegen möchte ich auch gleich zum, bevor wir zu den zweiten und drittplatzierten kommen, würde ich ganz gerne mal den, nicht weil er mich hier ran zitiert hat und, weiß ich nicht, und seinen Rechner zur Verfügung gestellt hat, sondern einfach, weil er auch so ein bisschen die tragische Figur vor allem des zweiten Rennens war, der Jens Burkert. Jens, du hast auf abenteuerliche Weise, bist du mit einem Superstart nach vorne gefahren, bist dann, ja, durch die Wirrung, die es da gab, auf den ersten Platz vorgekommen und hast den auch super gut gehalten. Was war passiert? Weil ich war in der Szene gerade nicht da. Ja, jetzt kann man was uns sagen. Edgar, Lutz. Den Start habe ich mir ein bisschen abgeguckt bei den Porsche-Rennen, als wir zusammen moderiert haben. Habe ich mir das vorgenommen, dass es auch mal klappt war. Ja, einfach glücklich. Endlich mal einen Schleifpunkt der Kupplung getroffen. Dann erster, war klasse und dass ich den, meinen Speed endlich mal fahren konnte, war schön und auch noch schöner war, dass der Robin nicht so extrem schnell ran kam. Was dann passiert, das kann ich dir nicht wirklich beschreiben. Am Einbieten auf diese Gegengrade war ich vielleicht vorher ein bisschen zu weit links, bin in den Tacken zu weit rausgekommen und da war ich schon fünf, sechs Mal. Und wenn du wenig längst, kannst du auch neben der Strecke auf dem Gas bleiben. Aber in dem Fall, ja, nach links abgewogen, elf Sekunden verloren, mit neun Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. Ärgerlich. Aber das einzig wirklich Positive war, ich hatte zum Schluss einen endlos geilen Fight mit dem Edgar. Genau, da kommen wir gleich zu. Das hat richtig Spaß gemacht und deshalb gebe ich hier mal wieder ab. Genau, da kommen wir gleich zu. Der Edgar, der hat ja schon im ersten Rennen uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir kommen jetzt erstmal zu Wolfi Meisel. Wolfi, erstmal herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz im zweiten Rennen. Das sah ja... Was? Wolfi war nicht Zweiter. War nicht Zweiter, steht hier aber. Michael Dröscher. Ach, der Micha, Entschuldigung, stimmt, der Wolfi hat ja da... Kein Problem. Ja, ja, tut mir leid, tut mir leid. Ich habe hier mich an den Live-Viewer nicht dran gedacht, dass das Ding sich ja auch noch aktualisiert. Ja, Micha, natürlich, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Das schneide ich nachher auch raus aus dem Video hier. Das war ja auch ein bisschen dramatisch im zweiten Lauf. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Rennen. Ja, ich habe einen guten Start wieder gehabt, wie im ersten Lauf. Ja, dann der Unfall. In der ersten Kurve, da habe ich profitiert, zwei, drei Plätze. Ja, mit dem Robin habe ich eh nicht mithalten können. Konnte dann in Michael Gerig zwei, drei Runden hinter mir halten. Ja, aber der war auch viel zu schnell. Ja, und dann habe ich nicht mehr geschaut, dass ich meinen Lauf runterfahre, war im Rhythmus. Ja, und dann am Schluss, durch den Fehler von Michi wieder, konnte ich den zweiten Platz haben. Ja, war auf alle Fälle eine tolle Action, weil gerade ihr drei, also auch der Micha Gerig und der Edgar Ostermann und auch der Wolfgang Meisel, die haben ja im ersten wie auch im zweiten Rennen da wirklich richtig sensationelle Action geboten. Also hat ja wirklich Spaß gemacht, das zu kommentieren. Das Problem war, ich war so oft abgelenkt. Und ich habe wirklich einfach mal nur die Reihenfolge durchgemacht und dann habe ich zurückgeswitcht und dann habe ich schon wieder die wesentlichen Szenen verpasst gehabt. Oder dann passierte auch wirklich immer mal was. Weil insgesamt war mir das ja der Eindruck so, dass die Leute hier wirklich extrem auf einem Niveau fahren und die da wirklich auch rundenlang hintereinander herfahren. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zum drittplatzierten des zweiten Laufs. Edgar, herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob du dich richtig doll über diesen dritten Platz freuen kannst, aber auf alle Fälle doch mit Sicherheit über dieses endgeile Duell mit dem Jens. Erzähl mal. Na gut, danke mal für die Gratulationen. Mit dem Platz selber bin ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz zufrieden. Aber mit dem Jens hat das natürlich wieder alles wettgemacht. Entscheidend ist ja natürlich der Spaß bei dieser Sache. Ich habe gestern trainiert, lange trainiert und hatte ein super Setup. Ich habe mir dann das Setup von Robin bekommen nach dem ersten Rennen. Und habe ihm dann dieses Setup mit leichten Veränderungen gefahren. Und das war natürlich ein Fehler. Man sollte sein Setup behalten und nicht ein anderes nehmen. Aber der Fight mit dem Jens hat natürlich wieder alles wettgemacht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir vorhin noch so gedacht, als ihr euch im Teamspeak unterhalten habt, ob der Robin mit so wenig Flügel fährt. Hast du da nochmal was geändert nach dieser Info von Robin? Ja, ich habe da was geändert. Ich bin mit dem Flügel hinten um eines raufgegangen. Der Robin ist ja 4.7 gefahren. Und ich bei meinen Rennens abhatte Flügel 6.11. Und das war doch um einiges stabiler für meine Fahrweise. Und okay, wie gesagt, gestern war ich um eine knappe Sekunde pro Runde schneller. Und ich konnte das heute leider nicht umsetzen. Aber ich bin mit den zwei dritten Plätzen zufrieden. Ja, also kann man so sagen. Grundsätzlich muss man wirklich sagen, es hat tierisch Spaß gemacht, euch hier zuzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir das das nächste Mal wieder machen. Und so es zeitlich irgendwie passt, werde ich es versuchen möglich zu machen. Ja, und vielleicht hilft es ja allzu viele Zuschauer hatten wir nicht. Aber vielleicht hilft ja dann das Hochladen zu YouTube, wenn man dann noch ein bisschen Werbung in Facebook macht, dass vielleicht auch noch ein paar Fahrer dazukommen oder wie auch immer. Werden wir sehen. Also auf alle Fälle super Action, schöner Abend. Vielen, vielen Dank. Ich sage Tschüss und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Rennen. Bevor du das jetzt hier beendest, auch von uns vielen, vielen, vielen Dank, dass du das hier mit mir zusammen hier organisiert hast und moderiert hast. Hat uns einfach gefreut, dass du das angenommen hast. Ja, es macht einfach Spaß. Also ich sage mal, wenn jemand so gut zusammenarbeitet, wie du das machst, im Porsche Cup, warum soll man das hier nicht auch wieder mal ein bisschen zurückgeben? So funktioniert die Welt. Danke, danke. Nächstes Mal sind wir mit 15, 16 Leuten unterwegs. Gut, gut. Reicht eigentlich die, die hier sind. Ich sage jetzt Tschüss und wir beenden das Ganze und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, Lutz. Vielen Dank. Vielen Dank.